Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Kassettenrekord.er und ich spiele heute eine kleine Runde Jump World mit dem Aurel, guck mal hier, der hieß unser Video, also nicht auf unserem Kanal, aber ja Leute, wir haben euch ja letztes Mal darum gebeten, dass ihr uns wieder Folgen einsendet, beziehungsweise dass ihr sagt, ja, ähm, schreibt mal einfach, ähm, Aurel beim Suchen oder bei Kian, oder baut uns einfach Maps, wenn ihr wollt, das ist mega krass und das hat General Gamer einfach gemacht, deswegen nochmal unglaublich den Props an den Jungen, das ist echt, oh mein Gott. Ich glaube, er hat das sogar im Livestream ein bisschen gebaut. Egal, auf jeden Fall, ähm, Leute, wenn ihr das auch machen wollt, sagt, ähm, macht es einfach, schreibt es uns in die Kommentare, was wir suchen sollen, dann werden wir es machen, ihr könnt auch sagen, sucht einfach mal die Map, auch wenn ihr sie nicht gebaut habt, sonst springt die, um uns zu ärgern oder so. Ich auch. Und Leute, ja, ähm, ich hab bisher nur das erste Video hochgeladen, das heißt, das könnt ihr erst mal nur bei mir sehen. Letztens würde ich bei dir auch noch hochnehmen. Jetzt, 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 jetzt Infokarte um rechts. Ja, genau, und da könnt ihr es euch angucken, wenn ihr es unbedingt sehen wollt, dann versteht ihr nämlich auch diesen Insider hier, weil wir haben uns den kurz angeguckt, finde den Wäschekorb, äh, Kian findet den Wäschekorb nicht, hilf ihm. So langsam will ich, verstehe ich gar nichts mehr. Wo ist jetzt dieser scheiß Wäschekorb? Hä? Nein! Ich bin so dumm. Bin ich jetzt vollkommen dumm? Äh, ja, Kian, das bist du. Nur mal so in den Ball. Nuri! Hallo? Komm mal, Leute, der Jump. Und Leute, wenn ihr den Insider und das alles verstehen wollt, müsst ihr euch einfach die erste Folge angucken. Deswegen klickt jetzt kurz auf die Infokarte bei Kian und bei mir und guckt euch die Folge an. Und dann, wenn ihr sie gesehen habt, dann könnt ihr jetzt hier weitergucken. Genau. Viel Spaß. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es mal. Äh, lol. Oh, lol. Ja, moin. Er gönnt sich halt richtig. Nein. What the fuck? Alles klar, ich glaube es auch. Oh mein, oh mein Gott. Warte, warte, warte. Was ist das denn? Äh, Kian, guck mal. Ich bin dann mal weg. Ja. Ich bin dann mal weg. Bruder, was ist los? Nein. Ja, nein. Komm. Ich wette, wir verzeifeln da jetzt schon dran. Wie ich zurückgesprungen bin. Nein, ich schaff's immer. Und dann fall ich runter. Ja. Ja, ich schaff das auch immer. Aber ich, ich, ich vergesse. Checkpoint, Checkpoint. Nein. Ich sneak immer zu spät. Warte kurz auf mich, okay? Hey. Hey. Nein. Warte kurz. Ich will das schaffen. Jetzt hab ich's. Oh, Digga. Oh. Du hast ihn gefunden. Jetzt ist Kian glücklich. Jetzt. Guck mal, das ist der Wäschekorb. Falls das Portal unsichtbar ist, steht da. Oh, cool. Okay. Oh, Leute, ich bin zurück. Gibt es irgendwo Checkpoint? Warte, ich bin zurück. Oh, Leute, was steht hier? Was steht hier? Was steht hier? Oh, ich bin auch zurück. Warte, Aurel hat sein Lachen für, Aurel hat sein Lachen für die Try Not to Lach Challenge verloren. Finde es. Achso, auf den Nicht-Lachen-Challenge zurückzuführen. Das finde ich cool von ihm, dass er so Insider einbaut. Wo bist du lang gegangen? Ist bei dir was? Ja, ich hab's. Hier. Wo? Bei mir ist alles dunkel? Warte, 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 warte. Achtung. Hier. Warte, warte, was ich da kurz sagen wollte. Das Ding ist einfach, wie ihr auf dieses Lachen und alles zurückkommt. Leute, wenn ihr das angucken wollt, dann oben rechts ist wieder eine Infokarte mit dem Video. Und ja, ich würde sagen, durch das Portal. Oh, Leute, wie geil. General Gamer, was hast du gemacht? Wie viel Zeit? Oh, mein Gott, wie geil ist das? Da guck, da hinten. Da hinten war das andere, habe ich gerade gesehen. Ja, ich auch. Ist zwar eine Flat World, aber Leute. Ich hab's in der Luft gebracht, aber... Ja, Digga, das ist... Ich bin ja gerade auf der Kante. Nein! Oh Gott. Nein! Hm, hm, hm. Fuck. Hm, oh, du hast... Also Leute, wenn ihr uns das aufbauen wollt, wir machen das auf jeden Fall. Oh Gott. Vielleicht baue ich ja auch mal eins für uns beide, oder du. Das wäre halt so ein bisschen... Fuck. Alter, ich bin ja der Jump'n'Run-Profi. Ja, heute bist du richtig krass drauf. Hast du halt schon MC gespielt? Nö. Ich auch nicht. Ich hab nur Fortnite gespielt. Genau, da wollte ich euch... Leute, wollte ich euch mal... Oh Gott, ich dachte... Willst du halt hier Fortnite sehen? Was... Was... Also Leute, nicht falsch verstehen, aber was mich so ein bisschen auf Fortnite abfuckt, ist, dass die ganze Minecraft-Community jetzt zu Fortnite geht. Ich will das nicht machen. Ich will nur fragen, ob ihr es mal sehen wollt. Ja, ja, das ist mir schon... Oh, ich bin so dumm. Das ist mir schon klar. Aber... Ticker. Nein! Diese Sprünge. Aurel. Komm, du schaffst es. Nein! Weißt du, Kilian, aus dem letzten Video? Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Nein! Komm, 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 komm. Ja! Ja! Fuck. Fuck this shit, I'm out. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'm gonna get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out. Du seh, das seid die gute Zeit. Ich wollte! Ich hab's jetzt erst 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 geschafft. Was? First try? Ich hab's geschafft. Ja, ich hasse solche... Ich kann die eigentlich, aber... Ich bin der Sprünge. Ja, dies. Jetzt. Ja, komm. Alter, du bist fast oben. Nein! Das geht! Oh, lol. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Easy. Das Matt mit dem Jump'n'Run. Wenn es euch gefallen hat, bewertet doch gut. Ähm, das Jump'n'Run handelt über die YouTuber Isaacs und Kassel Rekord. Wenn ihr das seht, ist toll und ihr seid nicht blind, lol. Ja, moin. Leute, ich würde sagen, wir hängen noch einen kleinen Selbst-Jump'n'Run hinten dran. Dann haben wir nämlich ein kleines Video, oder? Würde ich auch sagen. Dann machen wir noch einen anderen. Und wenn ihr uns einen bauen wollt, dann macht das doch auch gerne. Also, General Gamer, danke. So, Leute, da befinden wir uns in der zweiten Runde. Und hier steht, herzlich willkommen zu beim Jump'n'Run. Alle Sprünge sind geprüft und sind möglich. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Digger. Nein. Och, nein. Ich hoffe, wir verzweifeln da nicht schon wieder so dran. Oh, Mann. Nein! Leute, ich würde euch wirklich... Oh, fuck. Ich würde euch wirklich ans Herz legen, wenn... Voll geht's im Teppich. Kian, halt's Maul. Warum bist du halt so gut? Er wartet halt nicht! Fick dich. Ich warte auf dich! Ja, ja, klar. Guck mal, ich mache es rückwärts. Ticker. Ich warte jetzt. Okay, warte, wo du... Ah, da, okay. Ah! Ja, ich komme nicht durch. Jetzt. Ah, alter. Oh, es ist Nacht geworden. Ah, es ist eingestellt oder so. Nice. Ja. Hä? Hä? Ah, hier! Nice. Nein! Fuck. Äh, und jetzt? Warte. Ach, Mann, hat hier Jump Boost. Nein! Nein! Warte. Hey, lol. Okay, das ist ekel... Warte. Fuck. Okay, das ist ein ekliger Sprung. Aber es ist halt schon mal, wenn er schreibt, alle Sprünge sind möglich, ist es halt schon mal so was... Warte, ich will mal versuchen, ob man die... Nee, okay. Dachte ich mir. Hab's. Ha... Warte. Ja, Junge, ich warte. Du musst ganz an den Vorder... Nein, ja, genau. Lol. Ich bin drin. Okay, lol. Die Map ist geil, Leute. Die Map ist geil. Wir werden später noch jump... Und dann, Leute, werden wir später einfach mal, ähm, Dings, so Jump World Dings. Es gibt ja so was mit, was GLP auch mal eine Zeit lang gespielt hat. Jumping, Jaguar oder so, wie das heißt. Auf jeden Fall könnten wir das dann auch mal spielen. Da kriegt man ja Items oder Coins auf Bergwerk, je nachdem, wie gut man springt. Und dann sind wir wahrscheinlich so krasse Pros. Gewinnen das easy. Oh, leider. Ich bin nicht hin. Der Jump'n'Run gefällt mir ri... Der Jump'n'Run gefällt mir richtig... Oh, oh, guck mal, da unten geht's auch noch weiter. Oh mein Gott. Der gefällt mir ja mal so gut. Leute, aber wie gesagt, uns reicht so ein kleiner Gamer-Jump'n'Run. Also wie beim General. Jetzt war ja, wie gerade der Gamer den gemacht hat. Ja, und das ist einfach wow. Wir sind... Wir sind ihm... Oh mein Gott. Noch eins. Noch eins. Du musst früher abspringen. Du musst einen Block früher abspringen. Jetzt. Und sneaken. Du musst einfach früher abspringen. Einfach rennen und früher abspringen. Ja. Oh nein. Nein. Ich versuch das so zu glitschen, dass du draufkommst. Du musst früher abspringen. Ja. Nein, du saßt du. Jetzt. Ja. Okay, warte, darf ich? Nice. Okay, nein. Ähm. Gibt eine gute Bewertung, wenn ich noch größere Maps bauen soll. Bilder, wirst du... Ja. Nice. Zum Map. Also ich würde sagen, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Was gibt's hier? Wow. Spring mal. Wow. Aber die Warkenflie. Zum Map. Zum Map. Nein. Ich geh auch nicht zum Map. Nein, ich bin gesprungen. Okay, Leute, dann würde ich sagen... Was ist mit dem kleinen Video mit Aurel und Kilian? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Komm, steh dich mal hier auf. Komm, wir stellen uns aufs Dach. Oh, Alter, ich darf nicht springen. Ja, dann denke ich auch immer dran. Wie. Okay. Also, dann würde ich sagen, lass mal auf drei hochspringen. Eins, zwei, drei. Nein. Und dann würde ich sagen, warte, bis zum nächsten Mal, tschau sind wir gleich. Und wenn wir hochspringen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschau sind. Tschau sind.